Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Daily. Heute am Mittwoch, dem 10. Juli 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 412. Und heute mit meiner Person, denn der Achim steckt wahrscheinlich noch in der Deutschen Bahn fest. Hat er doch gestern nichts als Zugverspätungen mit der lieben Bahn. Lieben Gruß an die Freunde des Bahnfunk-Podcasts. Es tut mir leid, aber ja, unschön, unschön. Die Themen, die ich heute mitgebracht habe. Domain Factory, 10 Jahre App Store, 1Password, Smart Downloads, Surface Go und Fragenstickers. Zu allererst gehen wir zu Domain Factory. Das ist ein kleiner Ableger, eine Tochter von der Host Europe Gruppe, die, ja, wie soll ich sagen, Etwas, was gut ist an der DSVGO, ist, dass wenn irgendwo eine Panne passiert, sei es ein Dienst, den ihr nutzt, gehackt wird, beim Dateityp des einzelnen Feldes, wo es eben um die DSVGO-Abklärung ging, keine Bullion, also keine Ja- oder Nein-Antwort-Option hinterlegt, sondern ein String, also eine Möglichkeit, um einiges reinzumachen. Und da wurde auch einiges reingemacht, nämlich Adresse, Vorname, Name, Strassen, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Adresse, etc. Alles war frei zugänglich und vor allem noch viel schlimmer, öffentlich zugänglich. Wer wusste, wie, konnte nämlich all die Daten abgreifen. Und das ist ziemlich, ziemlich unschön, wird aber anscheinend ziemlich schnell gefixt oder wurde gefixt und sollte, dürfte nicht mehr so passieren. Natürlich ein ziemlich peinlicher Fehler. Hätte es die DSVGO nicht gegeben, ist die Frage, hätte man es als Kunde überhaupt erfahren. Natürlich, logisch, wenn die Daten rausgegangen wären schon. Aber ja, lassen wir das mal. Diesmal können wir sagen, DSVGO sei Dank. Gestern war es soweit. Zehn Jahre App Store. Der Apple App Store hat damals mit 500 Apps gestartet. Und ich kenne viele, viele Androiden, Windows-Nutzer, etc., die über den App Store gelacht haben. Aber was hat Apple geschafft? Schon im ersten Jahr haben sie damit ziemlich viel umgesetzt. Nämlich damals waren es noch bei, was hatten wir, 200 Millionen Umsatz, den sie damit generiert haben. Der hat sich in den letzten Jahren deutlich, deutlich gesteigert. Allein von 2016 auf 2017 ging der Umsatz mit dem App Store um, sage und schreibe, 10 Milliarden Dollar hoch. Also ja, das ist nicht mehr, was man auslachen kann, sondern ja, hätten es andere mal vorbegonnen. Gut, Google hat kräftig nachgelegt und da jetzt holen da jetzt auch einiges mit raus. Und ja, Microsoft ist wieder mal leider der Leidtragende, die es einfach total verschlafen haben. Schade, schade an der Stelle. Gehen wir über zu OnePassword. Gestern gab es ganz viele Gerüchte, dass Apple anscheinend interessiert sei, den Dienst zu übernehmen. Aber so ist es nicht ganz. Wie BGR gestern verlauten hat lassen, ist es ab sofort so, dass Apple seinen 123.000 Mitarbeitern weltweit eine OnePassword-Lizenz zur Verfügung stellt, damit sie ihre Passwörter sicher und gut ablegen können. Und nicht nur das, auch die von den Mitarbeitern, die Familien bekommen, jeweils Lizenzen bis zu fünf Familienmitglieder, sind somit abgedeckt. Somit ein schönes Ding, was Apple da rausgibt. Jetzt hoffe ich natürlich etwas ganz stark, dass da OnePassword wirklich dran bleibt und das Ganze so schützt, dass es eben auch sehr, sehr, sehr sicher ist. Denn ja, so wäre dann auf einen Schlag so ziemlich viele Apple-Mitarbeiter davon betroffen. Ein Bestandteil dieses Vertrags ist auch, dass Apple-Mitarbeiter Support innerhalb von vier Stunden bekommen müssen und dass die Support-Seiten in diversen internationalen Sprachen übersetzt werden. Somit auch für uns Nutzer eine gute Sache, würde ich doch sagen. Netflix. Die haben vor zwei Jahren war es circa die Download-Funktion gebracht. Das war ein Riesending und alle hatten Freude daran, vor allem viel Flieger und Leute, die viel unterwegs sind in Orten, die kein Netz haben. Die Deutsche Bahn zum Beispiel. Gestern hat der Achim was geschrieben mit WLAN und so. So, Spass beiseite, das wurde jetzt ausgeweitet, zumindest in der Android-Version gibt es jetzt die Möglichkeit von Smart-Downloads. Was ist das? Ganz einfach, ihr habt da fünf, sechs Folgen einer Staffel runtergeladen, beginnt die zu schauen und was passiert, wenn ihr sie geschaut habt? Sie werden automatisch gelöscht, weil die braucht ihr in den wenigsten Fällen noch ein zweites Mal anzuschauen. Ansonsten, wenn ihr das nicht möchtet, die Funktion lässt sich auch deaktivieren. Und für die iPhone-Nutzer unter euch, das Ding kommt bald auch für iOS, noch im Laufe diesen Jahres. Hoffen wir doch schneller als weniger schnell. Ja, gestern war es endlich soweit. Schon vorgestern gab es Gerüchte, der Achim hat ja etwas darüber erzählt. Surface Go, das neue Kleine von Microsoft, wurde geleakt. Oder besser gesagt, vorgestellt, ein neues 10-Zoll-Surface wurde vorgestellt in Amerika mit einem Kampfpreis von 399 Dollar vorgestellt. Bei uns in Europa, also zumindest EU-Preise sind es 449 Euro. Da kommen dann nochmals 99 Euro für das Type-Cover, sofern man das möchte. Also der Zatour mit dem Trackpad dazu und auch der Stift ist separat erhältlich. Gibt es in zwei Versionen, 64 GB Speicher und 4 GB RAM und das teurere 128 GB SSD Speicher und 8 GB RAM. Im Laufe des Jahres soll auch ein LTE-Modell kommen und Microsoft wie so wieder lernt es doch von Anfang an LTE mit dabei. Vor allem bei so einem kleinen und handlichen Device, was man gerne mit rumtragen möchte. Auch sehr unschön in Amerika ab dem 2. August ausgeliefert, in Deutschland, also Europa, ab dem 28. August. Dann sind ja die neuen iPads schon wieder da. Microsoft, Microsoft, gibt Gas, meine Lieben. Fragesticker. Instagram hat in den Stories eine neue Funktion, beginnt sie auszuliefern. Das neue Feature ist eben der Fragesticker. Jetzt könnt ihr nicht nur mit Umfragen in Interaktion oder Uminteraktion von euren Zuschauern betteln und generieren, besser gesagt. Ihr könnt jetzt auch direkt Fragen stellen, die dann der jeweilige nicht über die Kommentarfunktion bei euch landen lassen kann, sondern da direkt ins Feld reinschreiben kann. Das macht vor allem bei denen Sinn, die eben die Kommentarfunktion bei den Stories ausgeschaltet haben. Und so kann man zumindest zwischendurch mal ein bisschen Interaktion betreiben. Und das, ganz wichtig, nicht nur einmal, sondern dann kann man mehrfach was reinschreiben. Da bin ich schon mal gespannt, wie sich das auf die ganze Verweildauer etc. auswirken wird. Ja, und wann das Feature bei Snapchat kommt. Oder der Achim wird es mir sicherlich in der nächsten News-Folge erzählen, ob es das nicht bei Snapchat schon gibt. In diesem Sinne, das waren all die Themen, die sehe ich gerade, die ich für euch heute aufbereiten konnte. Morgen wird der Achim wieder für euch da sein und dann ist alles wieder gut. Und somit verabschiede ich mich für heute und hoffe, dass heute die Bahn bei euch in Deutschland ein bisschen pünktlicher fahren. Entschuldigung nochmals, Bahncast. Bahnfunk-Podcast, Entschuldigung. Ja, euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.